Hier übernehmen jetzt die RTL 2 News und heute berichten wir über diese Themen. Und damit willkommen bei uns live aus Berlin. Ab morgen wird draußen wieder ordentlich geknallt. Dann startet bei uns der Feuerwerksverkauf. Doch der Böllerspaß kann ganz schön gefährlich sein. Im polnischen Zwienemünde, direkt an der Grenze zu Deutschland, ist ein Verkaufsstand für Silvesterraketen explodiert. Andreas Kock berichtet. Wie gefährlich die illegalen Knaller aus Polen oder Tschechien sind, hat Martin aus Sachsen am eigenen Leib erfahren. Der 30-Jährige verlor durch so einen Böller sein linkes Auge. Ein Fall, der zeigt, beim Feuerwerkskauf gut aufpassen. Christoph Kuhn hat wichtige Tipps. Und wir schauen jetzt auf die weiteren Meldungen des Tages. Jakob Paslek hat den Überblick. Viele Menschen werden dieses Weihnachten nicht so schnell vergessen. Allerdings nicht wegen der schönen Bescherung, sondern der Zerstörung, die verschiedene Naturkatastrophen gerade über sie bringen. Mit Tornados, Schneestürmen, Überschwemmungen und Waldbränden wüten so viele Wetterextreme gleichzeitig wie selten zuvor. Isabel Engler hat die Bilder. Es sind so viele Tiere und Pflanzen vom Aussterben bedroht wie nie. Das hat der WWF heute bekannt gegeben. 23.000 Arten stehen auf seiner roten Liste. Einer der großen Verlierer, das nördliche Breitmaul-Nashorn, das es tatsächlich nur noch dreimal auf der Welt gibt. Was sich Forscher nun zur Rettung der Spezies einfallen lassen, weiß Marc Schmiel. Und wir kommen jetzt zu den VIPs mit einer echten Premiere. Gisem Schumann verrät mehr. Bei Jennifer Lawrence denkt wohl jeder automatisch an ihre Rolle als Katniss Everdeen in Tribute von Panem. Doch nachdem nun der letzte Teil im Kino läuft, wird die 25-Jährige von diesem Image endlich wegkommen. Ein erster Versuch, die Rolle in ihrem neuen Film Joy. Wie sich J-Lo in dem Drama so schlägt, das sagt euch Marc Schmiel. Damit verabschieden wir uns für heute. Wenn ihr mögt, sehen wir uns aber morgen schon wieder. Und hier übernehmen wir jetzt die Geißens. Die schmeißen eine fette Party für Töchterchen Schenaya. Viel Spaß dabei und tschüss, bis morgen.